Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Schaumsüßigkeit, die mit zuckerfreier Vollmilchschokolade überzogen wurde. Die kleinen schokolierten Kügelchen duften super intensiv nach einer hochwertigen Vollmilchschokolade und fein nach Milchcreme. Als schaumig würde ich das Innenleben nicht bezeichnen, es hat eher eine Kaubonbonartige Textur. Geschmacklich bekommt man einen mega leckeren Vollmilchschokoladenflavor mit einer milchig-sahnigen Note geboten. Erinnert voll an Kinderschokoladenregel. Dabei ist das Ganze überhaupt nicht zu süß. Sowohl die Schokolade als auch der milchig-sahnige Geschmack kommen gleichermaßen zur Geltung. Der einzige Kritikpunkt ist hier tatsächlich nur die Konsistenz der Füllung, die gern etwas weicher sein können. Aber geschmacklich ist diese zuckerfreie Süßigkeit wirklich sehr lecker. Zuck mal die sticky-sahnige Gehasen. Vorführ je das kleiner. Untertitelung des ZDF, 2020